Gerechica geht jetzt in den Darmsattel. Warte mal. Guck mal, jetzt hier. Das ist so ein Fahrtwind. Für mich ist es kühl an der Scheide. Wir haben jetzt auch ein bisschen kühl gerade. Ist Ihnen auch kühl? Ja. Sie ist eine Dame, wo der Darmsattel ist. Wir sind Damen. Guck mal, da oben ist das GmF. GmF, was ist das? Ein Schwulenclub, da wo FitX steht. Da hab ich schon mal von gehört. Da kann man schwule Musik hören und tanzen. Ist eigentlich ganz schön, wenn ich da auflege, ist es fantastisch. Wo ist das genau? Da, wo FitX steht, da oben. Wie, da ist ein Club in einem Hochhaus drin? Ja, und da ist GmF. Ist immer Sonntags, Nachts. Okay. Ja, muss man jetzt... Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Da gehen wir mal hin. Ja. Wir haben uns gerade so eine Frau... Kurdisches Mädchen. Nee, das war eine Roma-Frau. Das ist Rassismus. Nee, Roma ist nicht rassistisch. Sind die und Roma? Ach nee, Zigeuner ist rassistisch. Zigeuner ist rassistisch. Roma ist politisch korrekt. Die hat uns jetzt gerade... Die wollte sagen, do you speak English? Und die süßen Mäuse... Ich spreche ja nur Hebräisch. Ich spreche ja nur Hebräisch. Shalom to my Jewish friends. So wollen wir jetzt... Wo gehen wir jetzt hin Weihnachten? Happy Hanukar. Ich möchte jetzt erstmal Zigaretten kaufen im Bahnhof. Da ist TM. Sehr verehrte Damen und Herren. Mischgeschlechter. Wir sehen hier das Tabakhaus Durek. Da gibt es Tabak und... Mischgeschlechter. Das ist einfach sehr gut, weil das ist sehr voll. Sehr voll da drin. Ja, stimmt. Das ist auch sehr warm. Sehr warm. Das ist auch hier drin. Ja. Guck mal, hier ist noch eine Kasse. Jessica, ist noch eine Kasse. Hier auch. Aber hier ist nur ein Lotto, glaube ich. Oder ist... Und du hältst jetzt mal das Maul. Höchstes Kind. Malboro Menthol? Light. Fantastisch. Menthol-Sigaretten sind so 90. Guck dir gerne Malboro Menthol? Light. Alles Liebe. Toi, toi, toi. Always is a condom. Ops. Oh, verteid sie bitte. Jetzt. Es wird langsam schon dunkel jetzt auch. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme im Winter. Mhh, süß. Warte. Nimm die großen Mülleimer einfach, ja? Mein Ausschnitt ist der größte Mülleimer Deutschlands. Ja, warte denn? Was lachst du denn so blöd? Diese Wahrheit ist doch immer Haare. Mein Ausschnitt ist der größte Mülleimer Deutschlands. Mein Ausschnitt ist der größte Mülleimer Deutschlands. Das wird der, der Titel meiner Memoiren wird. Für Größe. Also entweder mein Ausschnitt ist der größte Mülleimer Deutschlands. Oder Haare. Oder Jurassic Parka, ein Leben aus Goodie Bags. Das ist ja auch, ja. Wir haben jetzt fertig geraucht. Die Weihnachts hat ihre Strümpfe als Strümpfbank schon mal arrangiert. Die ist zu viel für die Handtasche. Die sind zu viel für die Handtasche. Und wir gehen jetzt in die Galeria Kaufhof, die Erlebniswelt am Alexanderplatz. Und da gehen wir jetzt pullern. Wir suchen jetzt den Backstage-Bereich in der Galeria Kaufhof. Tudu. Tudu, Tudu. Ratten, Tüten, Tüten, Haar. Ratten, Ratten Büten, Tüten, Haar. Ist so, ich muss jetzt wirklich die Kamera comunque heimlich machen, weil wir dürfen hier drin nicht filmen. Bami! Bami, Mercury ist eine ganz, ganz tolle Travestie-Künstlerin aus Berlin, ist bei mir der Pop-Gicker auch schon sehr oft aufgetreten, und arbeitet hier bei Top, Top, was ist das, Top, man? Oh, scheiße. Es ist wie drei Uhr morgens, es fällt alles auseinander. Ja, wie siehst du immer aus. Äh, Johnson, du musst mal, du hängen hier weiter rein, du müsstest hier nach hinten, aber, so, warte. Noch eins. Ja. Super, danke schön. Geh Meuse, tschüss. Tschüss. Ich hab ihn nicht angefasst. Oh, wie eine Kacke, ne? Bisschen schon, das stimmt. Hi, hallo. Ich bin auf Männerklob. Ich bin auf Männerklob. Ich bin auf Männerklob. Ich bin auf Männerklob. Richtig so streng. Ja, das stimmt. Ja, das ist so schön. Wir haben ja die Ausweite. Wir haben ja die Ausweite. Wir können ja auch beide klicken. Jetzt geht's aber auch noch besser. Jetzt geht's auch nicht besser. Das ist auch alles seltsam. Ich bin überhaupt aufs Rollen tun. Wir haben ja die Ausweite. Das ist eine Ausweite. Und? Wir haben ja die Ausweite. Ja, wir haben ja die Ausweite. Das ist eine Ausweite. Ja, wir sind eine Ausweite. Wir sind eine Ausweite. Komm mal her. Ich weiß nicht, was ich mit dem anderen zu schreien. Es riecht dir wahnsinnig. Ach Gott. So, weiter. Du musst jetzt Püperl. Püperl und Pullen. Ich möchte nicht, dass meine Jacke in diese Schüssel hängt. Es steht in der Ferse. Es wird mal gespült. Hier wird gespült. Ich flicke. Bis zu Beginn. Halt mal fest. Momentler. Fünf Schichten Schlüpfer. Fünf. Fünf Schichten Schlüpfer. Fünf. Ey, es ist so warm. Weiner ist. Bitte beeil dich. Bitte beeil dich. Bitte beeil dich. Weinhaus. Oh Gott. Luft. 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 Fein aus. Das Klo gerade. Hat dermaßen nach, äh, äh, Schloffwechsel Endprodukte. Und dauernd hat jemand gespült. Man hört immer nur so. Ne, es hieß, es heißt Füller. Es war furchtbar. Und es hat gerochen. So, Glühwände. Alter, der Preiswert hier. Mit Schuss 4,50. Nehmbar. Ja, mit Rum. Mit Schuss, ja. Schuss können wir jetzt. Aber mach einen ordentlichen Schuss rein. Was sagst du? Spacig. Ja, Spacig. Ja. Hast du hässlich gesagt? Spacig hat er gesagt. Wir sind ja auch vom Stern Venus. Der Stern Venus. Ist klar kein Stern. Bezahlst du jetzt? Nee. Wie nee? Nee. Ich hab hier die scheiß Abendmütze. Ich glaub, ich hab noch 5er von dir verfreundet. So. Guck mal, du wolltest doch vorne eine Mütze. Da kriegst du was aus den Kunstchen. Ich möchte aber keine Russenmütze haben. Wundervoll. Wo ist denn das? Die ist nur schön. Liebe Zuschauer. In ganz Berlin bekommt man seit der Wende, das ist jetzt 26 Jahre her, bekommt man immer noch originale russische Armeemützen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Weil die gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber die sind original. Originale russische Armeemützen. Das Original Silberfuchspelz aus der Taiga und der Tundra. Echtes Elbenhaar. Prost. Das ist genug. Dann wird's langweilig. Hatten, Tüten, Batten, Datten, Hüt, Batten, Datten, Tü. So, damit wir uns den Glühwein finanzieren können, hat die Weinhaus jetzt entschieden, dass sie einfach mal singt für die Passantinnen und Passanten hier am Alexanderplatz. Passt auf. Achtung. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Es ist sehr schön. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Snapchat und wir sehen uns bald wieder im Internet. Bis dann, byeee! Sharing is caring.